Und weiter geht's mit Arkham Asylum. Beim letzten Mal haben wir einen aufregenden Match. Hier die erste Pumpenstation gelöst. Wie ihr seht mit Erfolg. Was gibt's hier? Das ist bloß so ein Schacht zum Verstecken. Okay, das scheint so ein Schacht zum Verstecken zu sein. Alles Möglichkeit um Fallen zu bauen. Haben wir nicht gebraucht. Denn wir haben es ja auch so geschafft. Tja, da gibt es in Batman verschiedene Varianten Fallen zu stellen. Tja, dein Plan geht nicht auf, nicht wahr? Da oben gibt's doch was. Bäm! Trophy! Gefunden! Nice, Gehirn-Akrobat! Okay, das erste was ich mache ist, ähm, den mit der Knarre ausschalten. Der nächste gefährlichste. Na, das kann ich mir vorher holen. Das wird Crocs letztes sein. Die nächste Nacht wurde der Patient nach einem Ausbruchsversuch Ruhig gestört. Werter Aron Kesch ist im Krankenhaus. Es wird berichtet, dass der Patient Kesch attraktiert und im Kampf seine linke Hand aufgegett hat. Herr Schatz blüht, wird er noch lebt. Er hat eine Menge Blut verloren. Ich auch. Ich wäre fast an seiner knochigen Hand erstickt. Dass dies Ekel hat, er hätte sterben können. Für mich ist er nur Nahrung. Und wenn ich erstmal was probiert habe, dann will ich auf dem Recht. Was ich meine. Bringen Sie ihn mir raus, sofort. Ich habe auch deine Bitterung aufgenommen. Wir sind vor uns. Tick, tack, tick, tack. Okay. Hat sich nicht viel geändert. Außer die Frage, warum Cash seine Hand verloren hat. Ist geklärt. Mittlerweile dürfte ich das jetzt aufgeladen haben. So, der Typ ist nämlich der Erste, der... Achso, funktioniert nicht. Gut, dann nicht. Und zählt er die Knarre. Ach du Scheiße, sehe ich gerade den. Elektroschocker. Fuck. 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 Ah, Messer. Ja, ich glaube ein bisschen konzentrieren, weil ich werde gerade von allen Seiten angegriffen und der Messertyp ist immer noch da. Das ist der Messertyp bestimmt, oder? Ja, das war der Messertyp. Puh, er hat mal die Hand geschüttelt. Allerdings nicht so groß. Okay, wo ist jetzt? Da. Okay, gut, nur noch eine Pumpe, dann haben wir es. Das haben wir schon gefunden. Da kommen die ganzen Zähne her. Ich habe halt ein neues Upgrade, das finde ich cool. Ich würde mal meinen... Ne, da geht es zurück. Daher komme ich gerade. Das ist abgeschlossen. Wohl noch eine Pumpe. Kann das denn das hier sein? Oder war ich es schon? Ich habe fast vergessen. Wo ist die dritte Pumpe? Verdammt. Das war so nicht geplant. Ach, hier ist die. Merke ich das nicht? Ach so, ist wahrscheinlich schon gemacht. Ach so, das führt da hin, richtig. Dann scheint es vielleicht hier noch eine Pumpe zu geben. Die ich übersehen habe. Das habe ich auch übersehen. Ich würde schon sagen, geht mal kaputt. Wo ist die dritte Pumpe? Wo ist die dritte Pumpe? Was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Wo ist die dritte Pumpe? Wo ist die dritte Pumpe? Da ist zu überall. Da waren wir gerade. was zeichen zeigt dahin das zeichen zeigt hierhin in diesen raum das heißt hier muss die andere pumpe auch noch sein nach gleich daneben ich habe voll verplant zack damit funktioniert vom betreiben ich werde zur oberfläche zurück melde dich wenn du was brauchst so auf geht's irgendwie kommt mir ja nächster raum suspekt vor als wenn da irgendwas nicht stimmt ja ich habe es geahnt eine falle wow ziemlich miese falle ok tor nummer eins tor nummer zwei doch noch getroffen zack euch mal platt warte mal kann ich damit vielleicht gegenlaufen ne klappt nicht schade dem typ sonst einen schlag verpasst skurriles rodeo lol doch noch klappt ich glaube das ist ein missflungen das ding auf jeden fall ist das ding gerade missflungen also dieses viel lol habe ich mich gerade durchgeglitscht durch das teil habe ich mich echt gerade durchgeglitscht das sieht aber gut aus ich glaube das kann ich noch schaffen ich mag sowieso keine clowns erst recht nicht das viel schade schon vorbei bäm das war ja mal ein richtig geiler critical hit ja komm ruhig rein deine kumpels um und spiel lieber mit mir statt mit den typen ja komm ruhig ja komm ruhig bam das war ein richtiger smackdown falls man das smackdown nennen kann haha mehr von den typen ich habe genug für alle von euch jetzt geht es ja richtig ab hier mit den kombos oder kontern naja kombos auch es ist ein kombo auskontern klack 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 schade kombo serie im arsch kombo serie im arsch ist nicht der grad gejumpt der typ na das war jetzt der falsche button da war ich jetzt vorerst im konzept bäm ich mag sowieso keine clowns ja ich glaube das war's so da ist noch so ein teil upgrade jetzt können wir nämlich hier weitermachen ich glaube dann gibt es nichts besonderes ja kann nicht schaden wir haben sowieso alles voll ich frage mich ob es dann was gibt wenn man die ganzen upgrades voll hat oder ob es dann gar nichts gibt doch nicht nice wenn es mal ja zielen würde ich weiß nicht lohnt sich sequit suchen noch obwohl ja die kann hier mitnehmen wenn ich sie finde die polizei von gotthirn schleppte einen neuen patienten auf die insel sie sagten er sei schuld an dem verschwinden von hunderten von landstreichern als ich seinen abstoßenden körper mit diesen zähnen sah stellte sich mein geist herrliche strafen vor mit denen man dieses monster brechen könnte herzte versammelten sich um dieses monster ja untersuchen es doch nur ich allein wusste was es endgültig heilen würde okay auch interessant und dort geht es weiter ich glaub das teile muss ich zerstören würde ich mal so vermuten BÄM und da fliegt der Aufzug damit kommen wir doch nach oben alles mit Muskelkraft sind noch was nein frische luft wäre mal nicht schlecht wieder zu sehen wo sind von jetzt ja draußen oder wie ich würde mal meinen ja richtig sind wir wir sind wieder draußen Ivy wird stärker ich muss sie aufhalten ich glaube sie ist noch im Garten wo du sie gelassen hast aber sie beherrscht ihn jetzt du läufst in die Falle das glaubt sie jedenfalls okay er speichert nicht Moment mal dann machen wir mal folgendes gut das wollte ich nämlich erreichen dass er speichert Leute ich werde den Part hier beenden und die Session das war's für diesmal von Arkham Asylum beim nächsten mal gucken wir uns hier ein bisschen um ja obwohl ich mein lohnt sich Secrets Suche noch ich mein guckt euch an wir haben fast alles voll ob ich das denn hier noch brauche alles dreifach Battle Rank Ferngesteiter Battle Rank ist alles verbessert naja das vielleicht aber ansonsten haben wir eigentlich alles voll